Das erfolgreichste Kufenspektakel der Welt kommt wieder nach München. Holiday on Ice. Vom 7. bis 11. Februar in der Olympiahalle München. In neuem Gewand, mit neuen Eisläufern und mit neuem Titel. Die Show, die wir in München zeigen in diesem Jahr, ist die Show Time. Und bei Time geht es um die schönsten Momente. Die versuchen wir oder unsere Läufer aufs Eis zu zaubern. Der erste Kuss, die erste große Liebe, ein Abenteuer, was erlebt wird, der erste Schultag, Silvesternacht. Also alles, womit man positive Emotionen verbindet. Als hochkarätige Gaststars, diesmal bei allen Shows dabei, Annette Dittert und Yannick Bonheur. Sport und Akrobatik auf höchstem Niveau garantiert. Vom 7. bis 11. Februar in der Olympiahalle München. Untertitelung des ZDF für funk, 2017